Die Google Pixel Watch ist die erste Smartwatch von Google. Sie ist jetzt nicht die beste Smartwatch ever, aber das Design ist eine 10 von 10. Und ja, Design ist geschmacksam. Aber dieser Minimalismus mit dem gebogenen Glas, ich glaube, niemand kann sagen, das ist hässlich. Aber jetzt mal Real Talk, was kann die Uhr und was kann sie nicht? Ich sag's mal so, für mich ist sie etwas zu klein. Sie hat in etwa die Größe wie die kleine Apple Watch und halt nicht die dünnsten Ränder. Sie fallen im Alltag aber nicht auf. Google hat die komplette Software so designt, dass die Ränder viel kleiner aussehen und definitiv nicht stören. Und trotzdem muss man sagen, haben andere Uhren einfach weniger Rappen. Generell läuft alles hier sehr flüssig und es gibt auch schöne Animationen, zum Beispiel beim Aufladen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie lange hält der Akku? Sagen wir so, der Akku ist nicht so mega groß. Aber einen ganzen Tag hält die Uhr durch, auch mit Always On Display. Ich hab die Uhr nach dem Aufstehen geladen, dann war sie ready für den Tag und eine Nacht Schlaftracking. Übrig waren dann noch zwischen 5 und 20 Prozent. Mobiles Bezahlen klappt easy und der Vibrationsmotor ist besser als bei fast jeder anderen Smartwatch. Die Uhr trackt auch durchgehend die Herzfrequenzen, nur ist hier alles auf Fitbit ausgelegt, was seit drei Jahren zu Google gehört. Dafür ist der Google Assistant hier zuverlässig am Start. Google macht mit seiner ersten Smartwatch sehr viel richtig. Bei der Größe der Uhr, den Displayrändern und der Akkulaufzeit müssen sie bei der nächsten Generation aber nachbessern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.